Musik Frischen Wind gebracht, ne? Sagen wir so, die Pause Ja, für ihn vielleicht, aber ich finde das eher weniger Na, aber bei uns läuft's besser, merke ich Der Ball läuft langsam wieder Da hat so einen Tag gegeben mit so einem Frust von Basti und da ging gar nichts mehr Bei keinem Das haben wir überwunden Hammer Und Pestonerisch Tu es, Micha, tu es Gib mir den Assist Jawohl, danke So, easy Das hält, was viele verkehrt machen Assist von der Mittelauflage Ja, ja Naja, aber viele dritten dabei nicht erwehe Weißer mal nicht, ob ich den Krieg Äh, doch, müsstest Na, du hast nicht mal einen Haken gemacht, oder was, ne? Nö Warum, der Dektorat kam noch raus Das ist gar nicht nach Ja, wenn ein Gegner zum Beispiel den Ball berührt dazwischen, dann oder so oder Die kurz angeht, dann ist er schon weg Wer die sehen Nicht wichtig Zu viele Wege Nicht zu wichtig Ja, ja Die kurz Ja, ja Jetzt werden sie mal kurz nachdenken bei den Gegnern, nein, so Wer ist das? Kennst du die? Track jetzt? Wo spielen die? Wo bist denn du? Ja, ich probiere mal zu dir Bin ja groß Ist zu weit Das spielt durch Ja, brauchst du nur ganz wenig länger drücken und dann geht er zu weit, aber Ist halt das Gute, da sind die Potsdam auch meistens noch da Außer in dem Fall Oh Und noch mal So Ach, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg Oh Gott Oh Gott, ich mussум McLaren So Ich muss weg sein. Ja, es ist zum Beispiel der Botenure er mit und links aber durchspiel wer bot abgefangen also durchschnittlich ich habe ewig lang gedrückt jetzt also öffnen sollte genau ein bisschen mehr ja das ist irgendwie so die Automatik auch ich schubf schön war ja schon aber auch mal mit der punkt ok muss ich eh nichts machen nur drücken ja kommt war ziemlich genau diesmal aber ok wenn da drei leute stehen freund oder feind egal nur mehr glückssache wer ihn kriegt hat er boom sind sie schon nervös siehst du decken mich schon zu viert wird nicht richtig wird nicht richtig oh oh der arme Bad ist generell ist bei denen im Tor guck mal na klar ist das aber gerade noch war er bei uns der Ende der Fonds im Defensivbereich und der Spieler bei denen im Tor ein und kriegst du nachdem er ich komme zu denen gelaufen und doch wieder drin ok ok kommt kommt eh ich hab so auf seine Schulter und dann wollte ich dass er von seiner Schulter ins Tor geht aber ich machs mal nochmal ich machs mal nochmal ich komm nochmal im geloof und jetzt hab ich wieder zurück drin das steht durch ja ich hab gefreut der hat gefreut der Dinge und so ja breit er genau natürlich so ab ey das ist ein witz ja breit er genau kann der jetzt ein paar Mal liegen bleiben hm ich bin oben links so stressig hin her abseits jumbo wo noch da oben wo war klar war war nichts zu machen wäre ich egal wie nie hingekommen wo 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 es chio es ist ja ein bisschen besser Aber ist ja eh nix nice Ballbesitz und so Heißt ja nicht mehr so viel Wir haben viel zu sehen Wir haben viel zu sehen Oh, but you can You can eat this Und? Hatte der nicht schon gelb Schiri? Schau mal Der ist mir aber schon mal ungut aufgefallen Oder war das das Tor? Wo ist der Micha? Wo bist du? Ah, da Ok 11 Meter Ja dann so 11 Meter Ok Kommt Na, weißt du was das blöde ist? Von der Kamera Von der Position Siehst du nicht wirklich Bist du jetzt in der Mitte Oder Weißt du wieviel Meter Bist du weg von der Mittellinie? Weißt du Weißt du Keine Ahnung Weißt du Oh, da Oh, da Ich hätte es gedacht Das Tor Beim Freistoß Siehst du es ja Von Du schaust aufs Tor Beim Freistoß Nein 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 Ich habe morgens Ich habe morgens vom Luka Das Tor Das Tor Das Tor 枝 Das Tor Oh, da Das Tor bist Das Tor Dann Du Ich bin einfach vorhin durch den Dänkst. Ja. Okay. Ach, Prost. Beklärt. Ich pisse bei euch, Alter. Ja. Enttäuschen. Nicht gefeuert. Ja, das spielt er so ungenau. Er hätte auf mich spielen müssen und ich dann auflegen. Ich habe... Ey, ich habe das da durchspielt. ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So hast du gemeint, oder? Einfach, wo ich denke, wo einer frei ist, oder? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, dass er in die Gange ist. So. Jetzt muss ich aber die Ecken endlich kriegen. Der Chris Heed hat nur einen einzigen Wert besser als ich. Und das ist, glaube ich, Flanken oder lange Bälle. Einer von den beiden. Das ist mir relativ egal. Ja, aber wir haben gestern verglichen, weißt du? Ich habe mich nur gewundert. Der kriegt den Korner. Aber der könnte ja immer noch abgeben. Nee, geht nicht um das. Ich wollte nur wissen, woran das Spiel das jetzt unterscheidet. Also, wir haben die Werte verglichen. Kann auch Zufall sein. Ein einziger Wert hat der Besser. Boah, jetzt fühl ich mich geschweigelt. 9-4. Booten nicht fallen. Speziell nicht mich. 9-1 Frechheit. 8-8. Danke. Ha. Der Tor hat verkackt. Ja, aber sowas von. Den Dimmpfiff. Oh. Hören wir oben den Außen an. Ne? Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ich schau da gar nicht. Keine Pfeifen. Ist schon vorbei. Das ist ja bisher. Weg, der Ding. Hammer, Hammer, Micha. Nicht nervös werden. Ist das jetzt der Titel? Oder haben wir irgendwas gemacht? Nein. Ich schau nicht. Zwei Torvorlagen. Das schau ja. Brav. Ich hab zwei Tore. Und ich hab schon wieder einen Motto. Already. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018